Egal. So, hallo und herzlich willkommen bei unserem TechEd Projekt. Ja, mein Kollege war in der Aufnahme. Mein Name ist Moritz vom Kanal TechTV. Und mein Kollege heißt... Butch. Immer noch hier. Vom Kanal Butch. LP. Ja. Beziehungsweise auch TechTV. So, hier steht dein Dirt Penis. Und ich würde sagen, wir beide fangen jetzt mal an. Ja, ich... Warte, konntest du eigentlich gerade? Ja, ich bin noch gar nicht drauf. Achso. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, obwohl meine Festplatte hat noch genügend. Weil ich bin jetzt, glaube ich, die komplette Stunde lang einfach so... Im Hauptbildschirm von Minecraft habe ich jetzt einfach wirklich komplett Hauptbildschirm aufgenommen mit 50 Frames. Das ist ein Glückwunsch. Alter. Komplette Stunde, ey. Okay, warte. Ich muss erst mal gucken. Okay, sieben Leute sind schon drauf. Jo, ich bin da. Alter, komplette Zeit und Aufnahmen. Ich muss das alles nachher zusammenschneiden, ey. Oh, ficken, ey. Okay, also, wo bist du? Ach, doch, ich... Alter, komm mal zu mir hoch. Jo, ich bin hier. Ähm, dann fangen wir einfach mal an, suchen uns mal ein Grundstück. Alter, ich hoffe, es findet keine Ahnung mit Schienen, ey. Ja. Schwierig Rast. Ich hab eh komplett gerade OP aus. Es kann sich keine OP machen. Okay, okay. Also, ähm, du hast aber auch gemacht, dass man sich TP'n kann, oder wie? Ne, noch nicht. Das heißt, wenn, dann... Du kannst dich aber OP machen, oder? Ich auch nicht. Okay, ne. Mich nur einstellen. Also... Ja, okay, wenigstens etwas mal. Ähm, du... Wart, wir haben jetzt eine komplett neue Map, gell? Ja, wo wollen wir hin? Äh, ich kann ja auch erstmal in eine Richtung latschen, und dann... Wo bist du? Wir müssen zusammen bleiben. Ich bin grad am Strand. Ja, Strand, 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 wo? Ja, am Großen, oben, am Zipfel. Oben am... Ja, wenn du auf die Mini-Map guckst, Richtung Norden halt. Ach so, Norden? Ja, Maps sind normalerweise immer nach Norden ausgerichtet, falls du es noch nie gewusst hast. Ja, ich hab ne runde Map. Oben, oben ist Norden. Ja, ja, ja. Was? Ja, ja. Ja, da oben stehe ich irgendwo. Irgendwo, oder? Der Pasi ist neben mir. So, ey, ist es da beim Sand? Ja, äh, nö. So, dann... Ich bin nur am Strand. Ja, okay. Hä, du bist nicht... Ja, hier, warte, ne, ich seh dich nicht. Bist du ganz vorne? Ja, ich bin da, wo dieser Sandstrand ist. Ja, warte, es gibt mehrere aufgeteilt. Ich guck mal, wo du sein könntest. Ich stell mal kurz die Map anders an. Ach so, den da hinten, oder wie? Komplett Detail ist im Strand. Ah, wo? Oben, oben, oben. Ja, oben. So, dann geh ich mal nach oben. Lol. Der Server leckt mich. Deine Mutter leckt. Der ist von Nitrat, oje. Äh, bist du unter der Erde? Äh, nö. Aber da war ich auch grad. Da unten ist... Treffen wir uns bei dem. Bei? Wo? Bei dem, der unter der Erde ist da. Fabi LP. Alter. Ich glaub, ist das der Fabi? Keine Ahnung. Da wird das OR auf Dingsgebiet sein. Ah, da keine Ahnung, wo du grad bist, eh. Ehrlich. Äh, warte, dann... Ich bin grad an dem... Ah, ich hab hier zumindest mal... An dem Zwilling bin ich grad vorbeigelaufen, an einem von dem. Okay, also dann sind wir ganz vorne. Äh, lass mal... Weißt du, wo das spawnen war? Äh, bestimmt. Dann komm mal zum spawnen. Jo. Ein Crust LP bin ich grad. Und da, wo du nen Baumamt gebaut hast hast, oder wie? Jaja, genau. Ich guck einfach mal. So groß ist die Insel nun auch wieder nicht. Also, sag mal, sag... Warte mal, wir haben noch Koordinaten. Was für Koordinaten hast du gerade? Äh... Ich hab 21... Ach, du bist du! Ich hab nicht, ich hab nicht. Ich springe, ich springe. Ich seh dich, ich seh dich. Also, ich springe also. Äh, wo woll... Wir wollen aber hier nicht beim Eis. Also, jetzt falle ich nicht. Ich bin grad jetzt. Folgen mir. Okay, folgen mir. Ja, okay. Jetzt lauf doch. Ich springe. Alter. Ja, ich hoffe, meine Aufnahme leckt jetzt nicht. Wenn, dann könnte es daran liegen, dass ich schon eine Stunde lang den Hauptbildschirm aufnehme. Ah! Scheiße! Ja, gucken, wo er hinlatscht, würde ich mal sagen. Ich hab kein Damage bekommen beim Runtergehen. Okay. Kein bisschen. Ach! Auf unserem Hauptbildschirm haben wir ja dich. Scheiße! Okay. Ey, jetzt können wir eigentlich mal ein... Hast du eigentlich das weiße Drumherum auch bei dir auf dem Bildschirm? Äh, nö. Okay. Da ist ein Zombie außerdem. Achso. Ich hab dich grad gewartet, dass er ein bisschen schlägt. Komm. Danke. Ähm, ich würd sagen, wir bleiben einfach... Scheiße. Das ist einfach ne Kack noch gerade. Über ein Wasser. Ja, warte. Wir können ja... Lass einfach hier bleiben. Lass mal andere Koordinaten gehen, Alter. Hier ist jeder. Ja. Das war einfach hier jetzt... Hier den... Einfach mal lang schwimmen. Und das Problem ist so ein Meer. Die sind übel lang. Aber warte mal. Lass doch einfach hier bleiben. Da, wo der ganze Sand ist. Da können wir uns einbauen. X. Und ich find's hier gar nicht schlecht. Oder... Wie kann man nochmal die Größe von der Map ändern? Ähm... Unter M. M? M. Minimapoptionen. Und dann... Nein, ich mein von der X-Map. Achso. Z. Z. Z, gell? Mal gucken, ob wir vielleicht... WACH! Scheiß! So kleine komme ich. Warte. Ich hab glaube ich noch ne zweite Insel gefunden. Wo? Äh... Folge mir. Achso, da hinten. Ja, ja, ok. Da ist die Kleine. Und dann können wir zumindest mal vielleicht der Inselgruppe folgen. Vielleicht kommen wir in ein Festland. Ja, ohne wir bleiben auch gleich klein da drüben. Nein, Alter. Hier ist irgendwie jeder, Alter. Ja, so ist es halt davon. Hallo, wir haben ne private Insel. Ja, wo? Da drüben. Die kleine Insel hier. Lass es als private Insel machen. Abroden und dann ein Haus bauen. Ja, nee, ist halt trotzdem ein bisschen geil, ganz ehrlich. Also, ich hab jetzt nichts dagegen, aber... Das wär eigentlich schon eine Idee, weil ich will ja in die Tiefe. Wegen Atomen und so. Ja, natürlich, aber ich mag trotzdem halt ein paar schöne weite Landschaften. Am liebsten mag ich eigentlich Berggebiet. Ja, Mann. Lass mal, lass mal Knochen, Alter. Boah, Alter. Diese fachdach. Viecher. Ich baue mir mal kurz, ähm, Birkbench, ne? Alter, wenn ich jetzt down gehe, ich lache so. Aber ich hab nur noch ein halbes Herz. Gleich. Pintone. Fuck. Startet ja schon. Oh cool, ich hab'n Boot. Warte kurz, ich bastel mit. Ich hab'n Boot. Kann ins Boot nicht rein. Haha, schade. Warte, X. Äh, nach da hinten. So. Ich hab' jetzt erstmal Standardausrüstung. Gut so. Äh, wo bist du? Äh, kurz gestorben. Ich bin gleich wieder da. Okay. Bleiben wir einfach auf den. Erstmal. Warte, lauf ich in die Falsche. Ich hab' keine Ahnung. Oh, scheiße, nein. Ah, ich dachte grad, dass da wohl hängt schon wieder. Nee, der läuft. Nee, nee, der hängt nur bei dir. Fuck, Creeper. Haha. Uh, Glück gehabt. Na komm, bleiben wir einfach. Bleiben wir einfach hier. Obwohl, der kann für mich kurz mal meinen gehen. Komm, Creeper, explodier mal kurz für mich bitte. Ey, spinne mit dir. Hab' ich nicht, hab' ich nicht das dir gemacht. Hallo, Zombie. Ah, fuck, wir haben ja Timbermod drin. Äh, ist normal. Ich dachte, nee, nee, das ist bei Techit normal. Wenn du da mit einer Axt baust, ist das normal bei Techit. Hast du grad eigentlich gedacht, ey. Ja, aber weil's grad übel geleckt hat geschwind, und dann war alles wieder weg. Hast du irgendwie ne Übergroße bei Nitrado? Hä? Könnten wir jetzt eigentlich, du hast doch eigentlich die Map. Ja. Und bis jetzt sieht man eigentlich nur die Insel. Ich könnte ja, am liebsten würde ich jetzt ne Aufnahmestaub machen. Ach so, ne, auf 72 Stunden. Alter, das leckt wie Sau. Ja, aber am liebsten würde ich halt jetzt erstmal nen Aufnahmestaub machen. Was machen die? Keine Ahnung, die Cheaten wetten schon wieder. Das kann nicht sein. Das müssten wir sehen. Okay, es sind acht Leute auf dem Server. Aber wir haben den übelsten Server. Oh, es leckt einfach die Sau. Wann war's auch immer? Glaub ich seh'n nicht. Naja, aber... Ja... Vielleicht begnügen wir uns auch erstmal mit der... Dings hier, aber am schönsten wär's halt schon eigentlich nicht. Ja, aber lass einfach mal hier auf der Insel bleiben. Ach, ich hasse es. Alter, Insel, ey. Was wollen wir mit Inseln, ey? Moai. Warte, wir können ja erstmal so machen. Ja, wir wollen ja eh in die Tiefe bauen. Ich's nicht. Ey, willst du hochbauen? Nein, aber... Ja, also... Ganz ehrlich? Hallo? Wer will mich nicht? Ich mag ne Landschaft, aber nicht sowas. Ja, ich auch. Wo du dich einfach mal hochbauen kannst. Wenn du dich mal hin und dann kommst du bei Land raus, nicht in Wasser. Wo du gleich versucht willst. Wenn du ganz unten rauskommst, du schaffst es meistens nicht. Bis noch ganz oben ohne Schatz zu gehen. Oh. Jetzt bleibt es aber doch... Vielleicht tue ich ja auch erstmal... Alter, ich hab mir nicht mal... Dings. Ich hab mir nicht mal Holz. Hast du Holz? Jetzt bauen wir halt für mich Holz ab oder gib mir... Ein Schwert zumindest mal. So. Das ist mein Schwert, dann... Wir machen eine neue Welt.